Pfeile war eine Writing Session in Berlin, mit einem Mann, der Kemo Sefaragic heißt, der danach auch unser Produzent geworden ist, nach dem Songwriting. Und den Song, er hat mir wirklich schon den fertigen Refrain, den fast fertigen Refrain damals am Tisch gelegt und hat gesagt, das ist ein Refrain, da können wir was drauf machen, wenn du willst. Und ich hab's gehört und mir gedacht, das ist verdammt cool, das ist echt verdammt cool, ich würd das echt gerne machen. Und dann haben wir den Verse geschrieben, mit ihm produziert und im Song geht es eigentlich nur darum, dass jemand seinen Weg verloren hat, z.B. ein guter Freund oder eine gute Freundin oder ein Familienmitglied und man ihm einfach zurückhilft auf dem Weg, damit man der Person wieder den richtigen Weg zeigt und ihr dabei hilft und sie dann auch nicht wieder verliert. Deswegen male ich Pfeile auf den Boden. Das ist Pfeile.